Die Basilika San Petronio ist die Hauptkirche von Bologna. Ihre Fassade beherrscht die Piazza Maggiore. Mit ihren gewaltigen Dimensionen ist sie die fünftgrößte Kirche der Welt. Mit einem umbauten Raum um 258.000 Kubikmeter die größte Backsteinkirche überhaupt, zum Vergleich die beiden größten Backsteinkirchen nördlich der Alpen. Das Volumen der Münchner Frauenkirche beträgt etwa 217.000 Kubikmeter, das der Danziger Marienkirche 155.000 Kubikmeter. Bemerkenswert sind das Farbenspiel der Wände, die polychromen Glasfenster und die historischen Oggeln. Baugeschichte, dem HL Petronius Bischof von Bologna im fünfte Jahrhundert und Schutzpatron der Stadt gewidmet, geht die Basilika auf das Jahr 1390 zurück. Als die Stadt Bologna Antonio di Vincenzo mit dem Bau einer riesigen Kirche im gotischen Stil beauftragte, ursprünglich sollte sie größer als der Petersdom in Rom werden. Auf Anordnung des Papstes Bologna gehörte zum Kirchenstaat, wurde diese Absicht jedoch aufgegeben. Sie trägt den Titel einer Basilica meiner. Die Basilika genoss von Anfang an Berühmtheit, sodass sie von Karl V. für seine Kaiserkrönung durch Papst Clemens VII. im Jahre 1530 gewählt wurde. Über Jahrhunderte wurde an der Kirche gebaut. Nach der ersten Gestaltung der Fassade im Jahre 1393 begannen die Arbeiten an den Seitenkapellen, die erst 1479 vollendet wurden. Die Dekorationen des Mittelschiffes wurden von Girolamo Reinaldi zwischen 1646 und 1658 gefertigt. Die Gliederung der Fassade wurde durch die Anlage neuer Seitenportale bereichert, die das Hauptportal von Jacopo de la Quercia ergänzen sollten. Allerdings wurde der Bau zeitweilig eingestellt und später wieder aufgenommen. Viele Architekten wurden für ein Gesamtkonzept zurate gezogen, ohne aber jemals eine endgültige Lösung zu finden. Die Fassade ist bis heute unvollendet. Die Basilika wurde der Diözese erst im Jahre 1929 übergeben und 1954 geweiht. Erst seit 2000 bewahrt sie die Reliquien ihres Titelheiligen, die sich bis dahin in der Basilika Santo Stefano befanden. Ausstattung Im Innenraum sind folgende Kunstwerke zu sehen. Mystische Vermählung der HL. Katharina von Filippino Lippi, eine Madonna mit Heiligen von Lorenzo Costa dem Jüngeren. Die Beweinung Christi mit vier Heiligen von Amico Aspettini. Bedeutend ist auch der aus dem 15. Jahrhundert stammende Binnenchor aus Holz von Agostino de Machi. Das Ziborium über dem Hochaltar wurde im Jahre 1547 von Giacomo Barozzi gefertigt. Die vierte Kapelle auf der linken Seite, die zu Beginn des 15. Jahrhunderts dekoriert wurde, hat eine ausgeschmückte Marmorne Platte im gotischen Stil. Über dem Altar ist ein bemaltes Polyptüchon aus goldenem und vielfarbigem Holz mit 27 in Marmor gemeißelten und bemalten Bildern. Alle Wände wurden von Giovanni aus Modena bemalt. An der rechten Seite die Reise der drei Könige, an der Frontwand bekannte Ereignisse aus dem Leben des HL. Petronius Die Fresken des jüngsten Gerichts auf der linken Seite sind eine dreiteilige Darstellung nach den Beschreibungen Dantes. Oben ist das Paradies, der Ort der Heiligen, mit der Krönung Marias durch Christus in einer Desis-Darstellung. Unten sind der Erzengel Michael und die in Räume gegliederte Hölle mit einer riesigen Darstellung von Lucifer und einem daneben liegenden Mohammed. Zu sehen In der Krypta befindet sich eine um 1160 bis 1180 entstandene Triumphkreuzgruppe, eine der ältesten erhalten. In der Kirche ist auch der Meridian von Gian Domenico Cassini zu bewundern. Der 1655 nach den Plänen des Astronomen Giovanni Domenico Cassini angelegt wurde, mit 66,8 Meter ist er die längste Mittagslinie der Welt. Orgeln In San Petronio gibt es zwei Orgeln, die sich links und rechts des Hauptaltares befinden. Es handelt sich dabei um zwei der ältesten Orgeln in Italien. Die Orgel auf der Epistelseite stammt aus den Jahren 1471 bis 1475 und wurde von Lorenzo di Giacomo da Prato erbaut. Die Orgel auf der Evangelienseite wurde 1596 von Baldessar Malamini erbaut. Beide Instrumente haben jeweils zwölf Register auf einem Manual und sind mit einem angehängten Pedal ausgestattet. Die mechanischen Traktoren sind jeweils original erhalten. Die Orgeln sind im Laufe der Zeit mehrfach verändert worden und wurden zuletzt 1986 von der Orgelbaufirma Tambourini restauriert. Die Kirche enthält auch die Gebeine von Elisaboner Park, der Schwester Napoleons. Zum 600-jährigen Jubiläum der Basilika komponierte Avopet das Werk Statuei Dominus für zwei gemischte Chöre und zwei Orgeln. Es wurde da selbst am 3. Oktober 1990 Uhr aufgeführt, unter anderem mit dem Widmungsträger Li Uwe Tamminga. Versuchte Terroranschläge. Im Jahre 2002 versuchten Al-Qaida-Terroristen, die Kirche zu sprengen. Ein weiterer Versuch misslang im Jahre 2006. Die Terroristen sagten, dass ein Fresco in der Kirche den Propheten Mohammed beleidige.